Sie schrieb in ihrem Mama-Blog über das Schönste im Leben, die Liebe zu ihrer Familie, zu ihren vier kleinen Kindern und zu ihrem Mann. Und sie verkaufte ihr Mama-Book, damit andere Mütter das auch tun können. Die britische Mutter und Bloggerin Zoe Powell. Vor ein paar Wochen habe ich ein bisschen was geschrieben über die großen Veränderungen im Leben und noch etwas darüber, wie sich die Lebensphasen abwechseln können. Oft ist das nicht so offensichtlich, aber plötzlich merkt man, oje, das Leben hat sich verändert. Jetzt ist das Glück von Zoe Powell auf schreckliche Weise zerstört worden. Bei einem schweren Autounfall in England starben sie selbst und drei ihrer Kinder. Nur Ehemann Joshua und die jüngste Tochter, gerade einmal 18 Monate alt, konnten schwer verletzt gerettet werden. Sie kämpfen noch um ihr Leben. Die Tragödie passierte am späten Montagabend auf der Autobahn A40 nahe Oxford. Mit ihrem Auto war die junge Familie in einen Lastwagen gekracht. Ein Augenzeuge berichtete, dass der Wagen danach aussah wie eine zackfetschte Blechdose. Wie die Polizei von Thames Valley mitteilte, befinden sich Joshua und die jüngste Tochter weiterhin in einem kritischen Zustand. Doch bestehe für sie Hoffnung. Unterdessen trauert das ganze Dorf Chinner um die beliebte Familie, die hier in bescheidenen Verhältnissen lebte. Ein Kollege von Joshua hat mit einer Spendenseite umgerechnet mehr als 64.000 Euro gesammelt, um die Überlebenden zu unterstützen.